Das war wie ein schlechter Scherz, als wenn man gerade einen Horrorfilm guckt, aber nicht tatsächlich gerade da ist. Das Bild selber, der Anblick, den habe ich noch eins zu eins im Kopf. Die Polizisten waren meiner Meinung nach auch sehr überrascht, dass in so einem kleinen Dorf in unserer Region im Spessart im Prinzip sowas stattfindet. Ja, man kam sich teilweise schon selber vor wie ein Schwerverbrecher, sage ich jetzt mal. Obwohl man ja, sage ich, nur was gefunden hat, was man nicht finden hätte sollen. Ich sehe das Ganze auch etwas positiv, weil in meinen Augen kann die Familie jetzt ja dann Ruhe finden, zu wen auch immer die Leiche gehört. Und das ist doch das Wichtigste, dass irgendjemand einfach Frieden findet jetzt.